Hallo, 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 er kommt, er kommt. Was war das, Digga? Was war das, was habt ihr gemacht, Digga? Schon wieder Anfang des Aufnahmefurz. Digga, wieso nimmst du den? Das ist so hässlich. Baby? Ich brauche nur den ersten. Name, nicht das Passwort. Das ist nur 2.11. Äh, genau. Mach das mal auf, hallo. Mach mal das auf. Was denn? Äh, brauche ich einen Löffel oder sowas? Was ist das am Neuen? Habe ich gerade gegessen? Hey, das geht nicht. Warum 10? 10? Sportkassen. 10. Was 10? 10 Euro. Kostet das echt 10 Euro? 8 Euro. Guck. So, ne? Mach immer Beleg, weil das vorhin so in der Sinn. Was hast du denn gemacht? Ich wollte da hoch, wo du warst. Geht das da mit? Ne. Einfach nur einen Löffel, Schatz. Scheiß drauf. Gib mir doch einfach einen Löffel. Ja, dann sind das so viele Sachen. Na, den kannst du auch wieder rüber tun. Boah, der hätte keinen Bock. Der läuft drüber und wieder her und wieder rüber und wieder her. Kein Bock. Wo sind das alle Teile? Immer weg. Bitte, sieg ihn. Nicht wegmachen, das lädt immer lange, sonst hast du ein Problem. Ah doch, sollte passen. Schon drauf. Problem mit mir. Du hast ein Problem mit mir. Aber gut, dass ich gerade nochmal beitreten konnte, ne? Nein, du musst restarten. Ja. Warum? Achso, ne, du musst erst holen, stimmt. Alter. Supporter Edition. Wieso tut er mich ständig in die Internet? Ich hab mein Passwort nicht. Kann ich das nicht übers normale Steam kaufen? Wer bist du? Bibliothek. Wer bist du, Digga? Letzter Digga. Letzter Digga. Warte mal. Was ist denn das Problem? Oder du gibst dort irgendwo ein, das Supporter Edition. Geh auf die Ruhe. Oh, Digga. Oh, Digga. Ja, pass auf. Ich schreib Supporter. Wenn ich da draufklick, kann ich doch hier unten... Ach, Supporter Edition. Ach, Supporter Edition. Ach, das ist komplett das Spiel. Auch du tot. Mehr her, Mann. Supporter Edition. Nee. Kommt, ja, gut, 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 gut. Pack das rum, älter Digga. Ruf ist fein. Alle kommen zu mir. All akzeptieren. Warte, wo ist Supporter? Ja. Ja, DLC, ne? Letzte Digga. Letzte Digga. DLC und so. Was dauert denn da so lange? Der Hurensohnkauf. Dommel braucht so lange wieder. Jetzt kannst du auch Taschenlampe Supporter Edition nehmen. Glaube ich. Ja? 30 Stunden beim Einkaufen. Ja, Mann. Was funktioniert? Was ist das? Ich will 200 Euro fahren PvP-Vorstörung kauf. Ja, Mann. Hä? Machen wir auch immer so, ne? Und dann selber in die Unruhe. Nee, am 25. oder wie war das? Vielleicht muss ich schon Reloog machen. Das glaubst du aber selber nicht. Reloog schon. Mach mal kurz Reloog. Wir müssen kurz Reloog machen. Der gibt keinen Sinn. Ich kann dir mit Garantie... Ja. Ich kann dir mit... Also ich kann dir die Garantie geben, das wird nicht mehr. Ich sag, der Server kommt dieses Jahr nicht mehr online. Ja, der wird nie on kommen. Der kommt nicht mehr aus der Beta. Oder in die Beta rein und nicht mehr raus. Bin ja gespannt. Ich hab's ihm gesagt, wenn er's nicht schafft, bis zum Ende des Jahres den on zu bringen, dann soll er's lassen. Er hat mir versprochen, dann aufzitzen. Bin gespannt. Macht er nicht. Ich meine, auf M2DL ist er ja auch schon ein Lachnummer die ganze Zeit, ne? Der ist überall... Wo schon einige geschrieben haben, er soll seinen 50.000 Super-P-Star-Wandern bringen. Wäre der Marvin, der Pisser? Ja, ja. Was hast du gesagt zu ihm? Ich hab's nicht zu ihm gesagt, das M2-Downloads. Was haben die gesagt? Kann mich jemand einladen? Du hast doch zugemacht, die Lobby. Achso, ich hab's rausgeschmissen, okay. Ich mach neues Passwort 1234. Wie das ist, ne? Der wird niemals on kommen. Ne, wird auch nicht. Werde ich ja der PvP auch? Das ist auf der Map nicht erlaubt. Der schafft es nicht mal in PvP anzubringen, ne? Dann haben wir den Varia 5 rausgebracht. Und Zaschlamt auch. Support Edition. Jetzt können wir spielen. Bist du für ein bisschen lustiger, verpiss ich mir. Wer bist du? Ja, guck mal an, du. Du hast mehr Knochen als Haut. Halema! Dein Fa... Deine Mo... Er kommt. Was? Hazelon, was tust du hier? Komm mal rein eigentlich. Jetzt komm rein. Komm rein! Brauchen wir mehr Taschenlampe? Äh, weniger. Ich glaub, ich nehm das andere Perk. Was spielen wir? Die Spinne, ne? Keinmal. Oder was wollt ihr machen? Ich würde... Normal, nicht schwer. Auf normal. Ich, äh, find ich halt nicht. Ich kann hier meinen Charakter wählen. Ich muss wieder eingeladen werden. Hazel, was ist deine Mission? Hazel sein. Wie du findest nicht? Na, ich hab die nicht in der Liste gefunden und so. So, ich nehm diese Perk. Was für Albtraum, bist du wahnsinnig? Hazelnut. Was für Hazelnut? Das heißt Hazelnut. Scheiß Alman, Dinger. Almanos. Pakistanos, Dinger. Der Almanos ist back, motherfucker. Welches Perk soll ich mitnehmen? Gut, ich nenne sie keinen Perk. Eins, was fürs Team hilfreich ist. Ich hab keins. Ah! Der eine vielleicht, dass er Medikids sucht, dass es so aufgeteilt ist. Also ich hab, dann nehm ich Medikids, ja? Oder soll ich UV-Licht nehmen? Den brauchst du ja eigentlich gar nicht als normal. Ne, das ist Schwachsinn. Dann nehm ich UV-Licht. Ich hab halt keine Perks. Wieso UV-Licht? Gar nichts? Nein. Ich hab keine Punkte dazubekommen. Ich kann nichts kaufen. Danach aber bestimmt, weil das ergibt keine... Du hast schon auf hart gespielt, deswegen... Hazelnut. Hazelnut, wie kann die keine Schlüssel haben? Genau. Komisch. Keine Ahnung, ich hab keine Schlüssel dazubekommen. Ich bin immer noch Gläubiger. War ich mal ein Perk? Nein. Yassin und ich sind konvertiert, Dinger. Ja, ich nicht. Ich bin noch Gläubiger. Wie meint ihr das konvertiert, Gläubiger? Ja, oben bei deinem Rang kannst du das sein. Bei deinem Totenkopf. Oh. Ist es... Ist es... Du bist Rang 17, Dinger. Du bist ja noch mehr. Ich hab beide Rangen 17. Echt? Hä? Bei mir 3 steht da. Ne, du hast 17. Boah. Du und Dome seid 17. Ich bin 5 und Flöckchen 3. Ja. Das ist halt doof jetzt, ne? Scheißegal. Mach jetzt ready. Danach hast du einen Perk saved. Danach musst du einen Perk haben. Aber... Aber Spinne... Ja. Unsicher. Scheiß, sich ein, Dinger. Der bestimmt gleich altert vieren oder so. Ja, Spinne ist aber auch echt heftig. Vor allem der... Vor allem der Jumpscare ist ekelhaft. Aber ich würd' die nehmen, die Frau. Ja, logisch bei dir. Ich hoffe, dass sie mich mit ihrem 8 Bein umschlingt. Jalla. Ey, ich pass nicht durch. Jetzt. Die fette Anna sitzt im Boot, däge. Ich hab schon wieder so ein Intro. Ja, er ist escape. Du musst escape rücken. Hier geht kurz kacken. Wir sammeln alles und tun's ans, ähm, Pool. Ich will nicht. Ich will nicht. Nein, ich will wirklich nicht. Das ist japanische Map, japanisch. Boah, warum Spinne? Ja, das ist easy. Ich kann am liebsten keine Taschenlampe anmachen, ne? Ratten waren ja auch schon schlimm. Ratten? Ja, ich hab Angst vor Ratten. Oh, ich liebe Ratten. Ich hatte mal zwei Stück. Mäuse sind süß. Ich auch. Ich hab versucht, Pipi reinstecken, aber war zu klein. Aber Ratten, ich hab Angst vor. War der Ratte zu klein oder Rupi zu klein? Ja, das Problem ist, die Muschi war klein. Ich will mich wirklich nicht bewegen, ne? Aber die hat nach Fisch gestunken. Wie Erdbeersauce. Wie Erdbeersauce? Ich weiß auch nicht, wie bei der Erdbeersauce riecht. Wer bist du? Hier sind doch keine Spinnen drin, ne? Doch, ich hab vorhin auch eine gesehen. Hatte schon recht gehabt. Kann mich jemand abholen? Auf gar keinen Fall, du kommst, Jesma. Oh nein. Sie müssen Bekanntschaft mit diesem Map machen. Ich seh Licht, ich seh Licht. Noch eine andere Richtung. Ich glaub, das ist Domme, glaub ich, gewesen. Nee, dummes Scheißen. Komm mal hier ins Haus rein. Erstmal ein Shake. Kaufland Shake. Ich will mich wirklich nicht bewegen. Müller Milch Shake. Oh, mein Lieblingsgetränk, aber ich darf nicht. Banana. Oh, best, oh mein Gott, geil. Wer hat eine blaue Taschenlampe? Ich? Kommst du mal hier ins Haus rein? Wo bist du denn? Hinter dir. Andere Richtung. Genau, genau da im Haus bin ich drin. Ja, dann komm jetzt, hier du ich. Ja, was sind das für türkische Toiletten, haben wir noch ein? Hallo. Du musst damit, äh, mit Crouchen durch hier, so ein Zehn. Ich hab, ich hab, ich hab Domme hier. Ja, was geht? Du hast den Schlimmsten neben dir, kein Ding. Schnauze, Junge. Wird schon schief gehen, ich glaub an dich. Wird nicht. Ohne mich hat er ein riesiges Problem hier. Noch nie so in den Menschen kennengelernt. Was müssen wir eigentlich suchen? Eier, wir brauchen Eier. Nicht dein Ernst, oder? Dommel, warte auf mich. Da ist eine Alte, die kann sich zu einer Spinne verwalten und die spuckt Eier aus. Dommel, warte. Ja, warte denn, komm doch. Bist du. Warte, 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 warte. Ich bin in der Höhle, hier, komm. Die Scheiße, ich gleich ein, Alter. Oh, was ist das? Wozu bräuchst du eine Flasche? Um das Wasser zu säubern, wenn wir die Eier waschen, die die Spinne auskotzt. Dommel, was ist da? Ich seh nix, was... Du bist genau in meiner Fresse drin, ne? Was ist denn da? Ja, guck doch. Was ist denn? Ich seh nix, was die Frau... Ja, gemein. Nee. Ich will sie aufwecken. Ich hab den Raum 5. Und den kannst du jetzt aufheben. Ja, und den musst du jetzt sauber machen. Okay, ich folg dir. Wer ist der Raum 5? Hier hat dann so'n Symbol und es gibt so Altare. Es gibt so Altare auf der Map und da hat jedes Altar ein Symbol. So, das kann man hier jetzt... Ich hab den Raum 5 aufgemacht. Warte, wir gucken mal kurz, ob's hier ein Altar gibt. Dann zeig ich dir das. Da, guck mal. Der Altar zum Beispiel hat den Ton im Kopf. Und je nachdem, was das Ei halt hat, musst du es dann da opfern. An den Altar. Das Ei musst du halt waschen. Ja, erstmal waschen, damit du siehst, was es findet. Ich muss das Wasser reinhängen. Ich hab Wasser in der Hand. Ja, einfach hier hinlegen, Pool. Ich bin den. Verpiss ich! Alle! Ja, ist das jetzt... Schau, das ist sogar schon... Ist sogar schon ne Totenkopf. Hä, wo hast du's gesehen? Hinter dir, hallo? Hinter dir, da. Ah. Links dann da ab. Nein! Nein! Nein, noch nicht. Wir sammeln das wieder. Willst du jetzt schon schwer haben, oder was? Nein, wo bist du hin? Ich bin in S5 ein anderes Level, als das, was wir gerade hatten. Wer bist du? Was du fragen tust. Ah! Die kotzen Ei, die kotzen Ei. Nimm das, nimm das, wasch das. Ich will nicht, dass die das Ei anfangen. Nimm das, Lampage! Ich will die! Ich will die, die waschen, die waschen, die waschen, die Aussage, Alter. Das sag ich auch immer. Das sei auch zu der nächsten Alten. Nimm mein Ei und wasches. Hab ich auch immer gesagt. Ähm, das Wasser muss erst gereinigt werden. Hier, das Wasser muss gereinigt werden. Peach. Mach du doch an meiner Autome. Ich hab das Ei in der Hand. Dann leg weg. Nee, mach du. Oh, Arm, machst du jetzt. Leg das hin. Oh, Lump. Ich hab das Feuer Ei. Ich hab das Feuer Ei. Das war das Problem. Das ist ja wieder was mit dem Shake trinken, Alter. Das ist süchtig. Ja, Mann. So, das Wasser ist wieder sauber. Zwei Wasserquellen? Ja. Okay. Immer direkt reinigen, meine Mutterfucker. Das ist ein Kreisei. Ja. Ja? Ja? Schön. Oh. Ich hab mir immer wieder die Frage, kann man so lange warten, bis die alle ausspuckt? Ich glaube aber nicht. Meinst du? Wollen wir es mal probieren? Boah, keine Ahnung. Nee, ich glaube fünf ist Maximum. Das wäre ein bisschen zu easy. Was willst du? Also in der Mine sind schon drei Eier. Ich hab grad das letzte. Ich hol das grad und komm zurück. Äh, ich glaube ich hab mich verlaufen. Ich bin das jetzt da hier. Hä? Kommt die mal random irgendwo hin? Ja, aus den Löchern. Muss ich eigentlich dann vor den Löchern stehen bleiben, bis die rauskommt? Auf keinen Fall. Das würdest du nicht. Haben wir überhaupt schon einen Schlüssel? Ja, ich hab genug. Ich hab schon fünf aufgemacht. Wir haben vier Eiers. Drei Eiers? Eiers. Ah, wo? Spinner's. Ja, die Spinnen, die, die Spinnen, die ignoriere ich eigentlich immer. Ich hab vorhin keinen kaputt machen wollen, weil ich dachte, das ist euer Pet. Da wäre ich was gestorben. Ich ignoriere ich eigentlich immer. Achso, und die Türen zumachen wieder, oder? Warum eins fehlt noch, naja. Das einzig nervige, was sie machen können, ist irgendwann die Spinnnetze vor die Fresse. Da hier ist noch eins. Hier hinten noch zwei Batterien, ein Medikit, alles aufheben. Ich hab Wasser in der Hand. Ja, dann leg das doch mal ab am Pool. Wenn die kleinen Spinnen können halt die Eier klammern, was übelst nervig ist. Soll immer einer dann auf die Eier aufpassen, oder? Wo ist Raum 1, Digga? Nee. Unten. Oder? Nee. Muss ich halt dann wieder finden. Wo ist Raum 1? Unten? Warte, ich guck, der Klaver unten, glaub ich. Da oben ist alles offen. Ich verspricht dir immer die arme Spinne, Digga. Lass sie doch mal in Ruhe. Ja, ich fick doch diese Lobbys. Morris the Boris. Morris on the Bros and the motherfucking Lois. Wie viele brauchen wir denn? Also am Anfang, glaub ich, kann die bis zu 5 ausspucken. Ja, wir haben 4 schon. Nee, wir müssen noch warten, bis die einen ausspuckt. Oh, keine Ahnung, wo die ist. Eins fehlt noch. Ich weiß nicht mal, wo die ist. Ich hab die bis jetzt noch gar nicht gesehen, die Kuh. Fette Sau mit dem fetten Arsch. Die hat neben uns gekotzt. Die Sau. Echt? Echt? Ja, davor. Oh, Digga. Wo ist sie denn? Boah, wir haben aber gut gesammelt hier, eh? Naja, es ist nur ein bisschen durcheinander. Ja, wir sind schon gut dabei. Ja. Ich hab Wasser. Hier ist noch ein Medikit-Dommer. Oder? Hier ist noch ein Wasser. Hier, da ist nichts. Iiiiih. Ja, ja. Ich ignoriere den. Iiiiih. Iiiiih. Nein, geh weg. Bring den halt dann, bring den nichts an den Eiern, sonst klaut der. Die Spinn-Klauen, ja, ja. Die sind voll ärgerlich. Ich, ich warte jetzt an den Eiern. Eier, wir brauchen Eier. Wir brauchen Eiers. Äh, ich hab mich zugeschlossen. Ich mach die Tür zu wegen den Spinnern. Kennst du den Sohn? Eiers. Eiers, Meiers. Meiers, Eiers. Eier, ich geh mal in die gleiche Tür rein. Raum 1, Junge, wer hat Raum 1? Ich hab doch geöffnet. Wallah. Hier kann man doch aufmachen. Achso. Komm auf. Ich hab gar keine Schlüssel. Ich auch nicht. Ich bin der Schlüsselmaster, Digge. Und wo hat die denn das eigene hingekotzt, die Fotze? Hat die gekotzt? Ich hab gar nicht gehört. Du hast doch gesagt, du hätt gekotzt. Ich hab gesagt, davor. Achso. Ich seh die blöde Schlampe aber auch nirgendwo. Wo ist sie? Ach, ne. Sie können, warte, schau mal in der Höhle, vielleicht ist sie da. Da war ich schon, da waren drei Eier. Aber ich kann nochmal gucken. Das spawnt immer wieder. Da bin ich recht gut ausgerissen, wenn ich mal so anguck. Hier ist noch ein Mad Kid. Mitnehmen. Mitnehmen. Warte mal, haben wir ein Altar in der Höhle? Äh. Nein. Gott sei Dank. Das ist schlimm. Ja, vor allem, wenn man dann zurücklaufen muss halt. Alter. Vor der Höhle auch nicht. Also sind die in den Gängen dann wieder. Besser so, besser. Ja. Jetzt hab ich den Weg vergessen, wo muss ich lang? Rechts. Ah, dann wenn der nicht aufstucht, können wir schon mal anfangen. Dann, äh, weiß jemand, wo das Feuer ist? Ne, ich glaube, ich weiß, wo Toten glaube ich nicht ist. Kreuz, warte mal, ich weiß, wo das ist. Aber wir machen alle gleichzeitig. Ja, Totenkopf ist gegenüber von der Höhle. Ich muss erst mal hoch. Ja, okay. Ja, jeder findet sich erst mal an seinem Platz und dann machen wir gleichzeitig alle. Irgendwie war von der Höhle. Warte mal, irgendwo. Ah, hier ist Schwert. Ach, Schwert haben wir nicht, ne? Feuer ist oben. Da puh und so ein Kreuz von Jesus Christo. Oh, das ist gut. Okay, ich steh da vor. Was ist das? Meinst du das umgekehrte Kreuz? Das ist auch oben. Ja, ich hab ein Ei. Dann liegt das. Äh, noch ein Ei. Ja, warte, ich lass mal hier das liegen. Der spuckt aber ordentlich aus, der Hohen. Ich hab das. Sollen wir dann trotzdem schon mal machen? Drei Symbole sind oben und das Totenkopf ist unten gegenüber. Das Kreis ist hier oben, wo Dommischon ist. Totenkopf hab ich. Da steh ich grad davon. Ja, bleib da stehen. Bleib da stehen. Schwimmer jetzt, Digga. Letzte, Digga. Ich wasch kurz das Ei und dann. Letzte, Digga. Letzte. Hallo, Letzte. Brauchen wir dann zehn Eier wieder, oder wie? Ey, wer legt denn das Ei hin? Nein, nein, nein. Ich muss aufpassen. Dommisch ist das letzte Ei waschen gegangen. Das, ja, das. Nee, ich hab, ich hab. Das ist dieser Kopf da. Ich brauch Feuer. Ja, ich komm jetzt wieder hoch. Mhm. Und sind, und dann, wenn wir die dann haben, kommen dann andere, oder wie ist das? Dann spawnen wieder neue, ja. Auch neue Tote, also Tote, oder? Achso, wenn du stirbst, spawnst du in einem Loch, wo du aus dem Loch rauskriechen musst. Steht jeder vor seinem Alter? Nein, die finden Feuer nicht. Manche sind ausgesperrt. Egal, checkst du schon. Okay, steh ich. Manchmal kannst du nicht durch, weil ein Spinnnetz drüber ist. Ne, mach. Warte, 321 jetzt. Jetzt, wo? 321! Jetzt kommt zu viel Spaß. Nee, ich will nicht. Der kommt. Der kommt. Nein, ich will nicht. Der f***t uns. Geh ins Wasser. Abo. Ah, da ist sie. Aboara. Ah, was geht? Schluss. Wir haben Bock auf dich. Oh, Rico. Gewaltigen Knall. Sexy, sexy. Äh, die sind halt, die Dommel. Was? Die wird mich auch, glaube ich, kriegen. Oh Gott, die rett immer. Das ist so widerlich. Die rett immer noch hinterher. Kannst du dich mal verfristen? Schlampe. Oh, wir haben die alle auseinandergenommen. Geh weg da, hallo. Ah, ja. Da, da, da. Habt ihr dich, Schatz? Die bringt ihn immer noch rein. Ich muss. Ich trag schon Medikid mit rum. Ok, also halten wir fest, auf 4 ist man immer noch schneller als der. Ja, ja. Oh, ist die Spinne? Ja, ja, ich bin die erste. Hat die sich jetzt wieder geruhigt? Ja, fürs Erste. Ich hab Medica dabei, Schatz. Ja, die Schlampe, ey, die Kotze neben mir! Du wirst halt, du wirst, hier, sag schon, wenn du, äh, wenn sie dich downed, bist du in seiner Hülle und dann musst du den richtigen Ausgang finden. Ok, hab noch's Ei. Geh weg, geh weg! Ich wasch das Ei, ich wasch das Ei, ich wasch das Ei, ich wasch... Ja, wir hatten nur eins, Bro, wir hatten nur eins. So, ja, gut. Was soll man machen? Ja, ich glaub, das kriegen wir hin. Geh mich nicht umdrehen! Ne, das Pyramiden-Ei hab ich gefunden. Ja, lass das mal da liegen. Achso, haben wir noch ein Ei? Ok, weiter geht's. Oh, zurück, sie kommt! Ich will nicht! Wer hat die Tür zugemacht? Ich? Schütter. Wer hat denn da die Tür zugemacht? Ich hab mit dir geblendet. Ne, irgendwer, ich hab geblendet und irgendwer hat die Tür zugemacht. Achso, ich dachte, geblendet. Ich hab mit... Ich ne Medik... Ja, oder so, dann nimm du das mit und ich... Vielleicht bin ich jetzt gestorben, ihr Behinderten. Wo bist du denn? Du hast die Tür selber zugemacht, dann... Weißt du, ich bin hier am Blenden, einer macht da die Tür zu, Digga. Wo bist du denn? Ja, ich komm jetzt erst raus. Ich seh nix. Du musst ja erstmal die Mission machen, dann dass du rauskommst, wie immer. Ich bin da, wo Dosenfutter ist, Amina. Nehmen wir jetzt auch wieder eine Wasserflasche. Eine Wasserflasche? Hey, ich hab kein Medikid, Digga. Ich hab Medikid. Na, Wasserflasche. Ah, wo? Spinne. Wo ist Wasserflasche? Vielleicht, dass das auf 5 noch schneller ist. Soll ich mir jetzt mal jagen. Die ist so laut. Oh. Hast du einen erwischt, wie immer, überhaupt? Ey, wo willst du denn du hin? Wie denn? Ey, Digga hat unsere Eidischlampe. Wurdest du erwischt? Wir haben noch eins. Hallo? Hä? Wer wurde erwischt? Ich. Und, wie war's? Ich hab das Messer... Ich hab Angst so gemacht. Geh aus dem Loch raus. Ja, da war zu. So schlimm ist er gar nicht. Ach, du bist wahrscheinlich in so'n Spinnen, der's garant war. Hier ist auch zu. Aha. Wir haben zwei Eier. Wir haben einmal Messer und einmal Pyramide. Wunderbar. Ich bin im Bett. Irgendwie möchte ich die Medikids hier nicht verschwinden. Was? Ja, dann nimm irgendein random... Schatz! Jetzt holt sie! What the fuck! Wendeanzeigen. Ich weiß auch, ob wir hier sind. Hast du das gehört, was er gesagt hat? Ja, das ist immer ja. Ich will die Medikidz nicht verschwenden, du Peach. Bedenkst du's bei dir auch, oder was? Wie böse du bist. Die brauche ich schon, Dominik, du. Hallo? Du kleiner Peach. Sucht seinen Namen, mein Name. Was geht? Warte mal. Wo ist die Alte? Wo ist die Alte? Wo ist der Medikard? Wo ist der Medikard? Die Zombies, hallo. Ah, Spinnen überall! Pisst euch genug. Digga, hier, Wasserfrasche. Ich hab auch eine. Auf X. Dann holt mich halt nicht hoch. Doch, Domme holt ich. Doch, Domme. Ah! Kann ich nicht, ich hab die Alte am Sack. Ja, okay, ich komm, ich komm. Ja, okay. Ah, Hilfe, Hilfe! Hilfe! Fuck. Okay, auf 5 ist die schneller als du. Wer soll jetzt erst wieder sammeln, ja, ne? Ja, wir müssen erstmal hochholen. Machen wir. Wir brauchen halt noch 3. Ja, bis jetzt sind die Eier noch da, ja nichts geklaut. Ja, weil die Tür zu bleibt. Denkst du, es bringt was? Ja, Bro. Aber nur bei den normalen Spinnen, nicht bei ihr. Er hat mich bekommen zurück. Es bringt nur bei den normalen Spinnen, aber nicht bei ihr. Soll ich Domme holen oder holst du Domme, Schatz? Irgendwie bin ich geizig wegen Medikids. Soll ich Domme holen oder holst du Domme? Warte, ich suche ein anderes Medikid, weil solange das Spiel da noch läuft. Ich hol jetzt. Ja, Belissa hat das Perk, dass Dinger durch Wände angezeigt werden. Ich geh jetzt Domme holen. Hast du das? Wer ist das? Ja, natürlich. Ach so, ja, dann ist ja egal. Hey, da ist ein Ei! Da wo ich bin! Ich bin da ein Ei! Fixie! Ich bin da ein Ei! 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 Wo ist das Ei denn? Ja, die hat's schon. Der Flockenkopf hat das. Das ist ungewaschen Ei. Was ist denn der Bellarm ist? Oh Baby, ich bin so geizig mit meinen Medikids. Wenn walten das, du Pisser. Oh nein! Der ist hier! Herpisst euch! Ja, ich bin eingesperrt. Ihr pissst euch! Ich verpiss mich nicht, ich hol dich! Abo! Wer ist das? Ihr habt mich eingesperrt mit der... ...Flock. EINGESPERT! Und was haben wir denn noch? Ah, die Wanduhr. Okay. Ich geh jetzt Medikids suchen Ja wir müssen echt mal kurz wieder Medikids sammeln Du siehst doch welche oder? Ne ich seh irgendwie gar nix Ja das gibt's doch gar nix Du willst mir erzählen das ist useless? Ey meine Ich seh das Oh bei mir ist ein Ei Ah mein Nacken Ah Hilfe was ist denn hier los? Kommt ich beschütze das Ei mit meinem Leben Ja ich komm noch schon denkst du das ist einfach mit den 1000 Spinnen hier im Dings Ja Nö Muss ich meinen Perk irgendwie aktivieren oder? Nein wir brauchen 5 Blät Muss ich meinen Perk aktivieren? Nein wir brauchen 5 Ich hör die Bitch laufen die ist bei mir Du Schlampe Du musst aufgehen Das kann nicht wahr sein Alter Ich soll dein Ding holen Medikids Du hast dir einen Bitch slap gegeben ja? Hm? Hat sie dir einen Bitch slap gegeben ja? Aber volle Knäcke mit ihrem fetten Arsch ey Weil ich will die Medikids nicht verschwenden weißt du? Auf gar keinen Fall Wir brauchen eh nur noch ein Ei Aber das Kerr Er sagt mir hier verschwenden Hier das Die Spinatenei 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 Ja ich komm noch schon Hier 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 Hallo Spinatenei Spinatenei Boah ey so ein Inkopelstück Co Da liegen da nur noch 3 Eier Junge Ich komm schon Ich bin eh oh ich bin in der Ich bin unten in der in dem Tor äh äh wie heißt das Ey sie wurden so noch nacheim geklaut Ja Ja fick ihn Hab ihn Fick seine Toten Ja dann Ja wir haben alle wir brauchen da Ich bin in der Mine Ey wenns wegen einer Schlüssel scheitert dann fick ich alle Hast du Schlüssel wir haben alle Eier Hä? Hab die gar nicht ey Achso Komm raus komm kannst du raus kommen Ich bin drüber Ich hab mich schwer Ich hol sie schon geh weg Ich I I I I I I I Ach Deja du bist Lass erst Lass erst die Eier machen die oben sind Das heißt Ich geh jetzt gucken und ihr wartet erstmal Wir müssen jetzt strukturiert sein Ich werd wahrscheinlich sterben aber ich guck trotzdem Wir müssen strukturiert sein Peach Ich hab nämlich schon mal ein Ei Ich versuch hochzukommen und zu gucken welche Symbole oben sind Warte Leg das nochmal hin Wir müssen jetzt noch Symbole ähm waschen äh machen Am besten der einfachste Weg Das Auge Die unteren machen wir als letztes Hältst du den einen noch gar nicht mehr Also die Sanduhr ist oben Ja Ich bauch die ganze Zeit nochmal drei Digga ich bin so los Ah erstmal oben und da unten ne Besser Ich hab die Sanduhr Ich hab die Sanduhr Sanduhr Stern? Das ist doch die Junenstern Ja ja Hm Ich bin vor eurer geschlossenen Tür Ich bin vor der geschlossenen Tür Warte ich leg nur ein Ei hin Ey du Pisser Lass mich raus Hallo Oh Doggy Body Also ich nehm die Sanduhr Oh 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 Ja macht schnell Ja ich weiß doch gar nicht wo oben Oder mir ist noch oben Also gar nicht wo oben Wer hat meine Eile genommen? Stern Ich hab den Stern Was will ich nehmen? Wo gehts denn nach oben? Das ist die Kerbenzelle Dann nehm ich diese Auge Auge dahin Auge dahin Und vor oben Was hast denn du? Was hast denn du? Du siehst da Alter Die hat mein Ei Mein Ei Mein Ei Mein Ei Allah Allah Mein Ei land Pass auf dass sie das Ei nicht klaut Ääh ääh so Oh mein Gott Bleib da lieber kurz Mein 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 Vorlicht ist kaputt Kommt zurück Kommt zurück Kommt zurück Nein Ich hab kein UV-Licht Ich klaut das Ei Digga Oh Junge Was kannst du eigentlich? Nein ich hab kein UV-Licht mehr Digga Wenn so ein UV-Licht steil Scheitert Hier ne mein normal Wo ist das Ei Du Behinderte? Oh mein Gott Ich lauf hinterher Da Hier 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 Digga Hier Setz sie hier Digga Jetzt ist sie kaputt Wo ist sie? Oh shit Digga Oh shit Piss dich Alte Das klaut der nächste das Ei Komm mal zurück Jasen Vor dir Hallo Helfe Hallo Alter seid ihr alle behindert oder was? Alter seid ihr alle behindert oder was? Äh Hier mein Ei ist auch nicht Ja ich hab dein Ei an meinem Und Ernst Ei? Allah Allah Ich sammle Digga Ich bin Eissammler geworden oder was? Meinst du zwar unten am Pool Ich hab alles Ich hab alles Passe euch Digga hier ich hab alle Eier wieder mein Gott Digga Ich bin wieder in der Mine Ja ich hol dich Heavy Hory Game Motherfucker Äh ich hab mich verlaufen Summoners 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 Alles klar Ich schreie nicht Ich schreie nicht Ich war da schreie nicht Ich schreie nicht Zieht nicht um das Tunnel Ich schreie nicht Schreie nicht Ohhhh Ich bin Ich bin Warum musst du denn da oben sein, Alter? Dann werden sie uns hingeschissen Ich bin Ähm bin ich Ja ich bin oben Nein Ich opfer mich Digga Nix ey Ich mach Hulk Jungen Whistie Gehen wir schon runter Ich nehm jetzt mein Pyramidenei ok? Ich bin hier Hey Nii siehs da siehs da geh weg Komm runter geflogen Ich bin hinter dir warte Komm rein Sag das doch früher Hast du medikiert? Oh Oh Digga Ich komm durchhineinander ey Da Ah Woll ich einfach jetzt die Eier machen die ihr in der Hand habt Und die die da drauf gehen Denkst du auch das alles so einfach? Äh Bis jetzt doch hinter mir oder nicht Mach's denn im Bett Dankeschön Wo sind die Eier Arme? Die gibt bei mir Achtung die nimmt Yasin mit Ja egal Ja ich hab medikiert ich hol dich dann Wir haben alle Eier Ja wir haben alle Ja wenn wir die immer hinkriegen Ja ich muss halt versuchen hier das einzelne abzugeben Ich geh jetzt und ich nehm die äh Ding mit Die Sanduhr wo ist die? Äh jetzt hab ich die direkt in die Hand genommen Ihr müsst die Toten hochholen Holst du Yasin hoch ich mach das ein Ey ey nimm kein medikiert mit bei mir ist eins Okay Ich komm Ich komm Komm Ja ich komm zu dir warte ich bin eh oben Ich hab den Madocard Hier drinnen Okay dann nehm ich jetzt das Ei wieder mit Hier Ja mach das Ei Hier Ja 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 Ich glaub du holst mich schon wieder Ich glaub wir sind bei den Eiern Du Hure Aber ich hab dich auseinander genommen Ich hab das Ei noch gekriegt Wo ist denn das Sandei also die Sanduhr Musst du gucken keine Ahnung kann ich nicht sagen Oben im Lagerraum Ii 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 Ey verpiss dich Digga Wo ist denn oben das Lagerraum Was für ein Lagerraum Ich geh Oh mein Gott So wie du spinn Ja wo bist du Ich bin grad die Treppe hoch Hier oben Du Hurensohn Verpiss dich Du Hurensohn Ey soll ich Ich mach weiter ne Mhm Die erste die wird sterben Mit dem Ei da oben Ja Also oh Mein Gott Digga Hilfe Ah man da ist zu Du musst schnell zumindest irgendwie Du musst hier hochheilen Bleib mal da wo du bist Wo ist das Auge Wo ist das Auge Ja keine Ahnung wer Auge macht Das Auge lag unten Ich bin hinterm Dresen unten Gah Das Auge lag unten Mann jetzt ist die runter gesprungen Alter ich krieg Ich hab Auge Ich hab Auge Ich hab Auge Das Auge ist irgendwo im Gang Ja ja ich weiss Danke 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 Und wieder die Fotze Habt ihr den Stress? Ich hab so hochgeilste Stippe Ich hab die Stippe Ich hab die Stippe Wer ist denn alles tot jetzt? Nur ich Ähh Flopkopfkopfkopfkopfkopf Achso Wackbad Warte mir müsste doch das letzte Iles angezeigt werden Ah da oben ist es Ich seh's Ohhhhh Ohhhhh Was das für ein Ding in der Mitte das was aufgelaufen Ah du gehst durch Was soll das denn was hier tun? Oh 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 Ich fällt mich hoch Ich fall direkt wieder hoch Oha wie viele Spinn dir folgen Abo Alter, die stöhnt ja voll Ah, oh Ah, du Hüge, wo kommst du denn her, Alter? Ich verfallte die Spinne mit dem Ei Hopp Ich wollte es gerade machen, er kommt mir die Fotze entgegen Okay, ich habe die Spinne am Visier Hallo Okay, ich bin wieder da Hier darfst du die Spinne Ich bin in der Mine Scheiß mal auf die Spinne, ich bin alleine, Mann Hallo, beweg dich doch nicht Allah Die verfolgt die Ei Das Ei ist wichtiger als das ganze Gang Ich sehe das Ei, das ist bei euch oben Schnell macht es im Lagerraum Der Lagerraum ist direkt daneben Ich komme in den Lagerraum Alter, die Spinne ist voll schnell Ich komme zum Lagerraum, Schatz Digga, chill mal, Digga Also an dem Coolen Nimm das Ei, nimm das Ei Ich gehe zu Dome, ich gehe zu Dome, warte Wo ist aber das jetzt? Der Lagerraum ist direkt daneben Ach, die kommen, die kommen, die kommen Ich komme zum Lagerraum Ich bin am Pool, hol mich hoch, wenn Justin tot ist Wo ist denn das Lagerraum? Ich bin am Pool Hier, hier, mach schnell Mach schnell Ich gehe auch bei Ja, ich mache schon Ja, ich mache schon Ja, ich mache schon Haben wir gewonnen? Ach, das ist fertig Ja Haben wir gewonnen? Ja, haben wir Ja, easy Easy, Digga Alter, die ganze Zeit Wo ist der Lagerraum? Der ist hier die ganze Zeit, Alter Ich habe doch keine Ahnung von der Welt Digga, das ist auch schwer zu spielen, Bruder Seid jetzt alle teilt tot gewesen? Ja, ja Oh Digga, das ist auch schwer zu spielen, Digga Das ist Das ist Also, die würde ich gerne nehmen, ne? Die ist schön, diese Sau Schamiger Alter, gelambu, Digga Gelambre Das sind meine Geschwister, Digga Das sind meine Geschwister, Digga Hä? Gebt der auch FK-Fahrer? Ernsthaft? Wer? Schauen wir mal dran aus Alter Was geht hier an? Ah! Wer wollte doch wieder richtig machen?